Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel Königreich und Republik beim Thema alte Kulturen. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Königreich und Republik Mit der Vertreibung des letzten Etruskischen Königs um 500 v. Chr. wurde Rom eine von den Etruskern unabhängige Republik. Die Regierungsform, die Art wie ein Land regiert wird, verändert es sich von einer Monarchie zu einer Republik. In einer Monarchie herrscht ein König oder eine Königin. In einer Republik wird das Land von mehreren Personen regiert und es gibt keine Alleinherrschaft eines einzelnen Menschen. Die Römische Republik wurde nicht wie in modernen Demokratien von Abgeordnetinnen oder Abgeordneten regiert, die mit Hilfe demokratischer Wahlen gewählt worden waren. In Rom hatten die adeligen, meist reichen Männer die sogenannten Patrizia die größte Macht. Einige dieser Patrizia versammelten sich als sogenannte Senatoren im Senat und entschieden über die Gegenwart und Zukunft ihres Landes. Frauen hatten im alten Rom genauso wenig wie auch in Athen die Möglichkeit, politisch mitzuentscheiden, wie sich ihr Land weiterentwickeln sollte. Es gab kein Frauenwahlrecht. Die Mehrheit der meist ärmeren Römerinnen und Römer, die sogenannten Plebeer, hatten kaum Möglichkeiten, die Gegenwart und Zukunft ihres Volkes mitzubestimmen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema soziale Ungleichheit und Bürgerkriege. Untertitelung des ZDF für funk, 2017